Diese hier angebotene E3-Zimmerwohnung ist ab Juli 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1400 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020